Hey Leute, hier ist Julius oder Whisper4President ASMR und ja, heute gibt es ein Video, wo ich mehrere Flaschen Wasser mit unterschiedlichem Volumenanteil schüttle und damit Geräusche mache für eure Entspannung. Ich hoffe, das wird mir klappen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob mein Mikrofon jetzt zu leise eingestellt ist. Ich meine, ich kann es auch noch höher einstellen, also die Empfindlichkeit. Müsst ihr mir einfach mal kurz in den Kommentaren sagen, denn ich meine, so sind die Sounds auch da, halt nicht so intensiv. Aber ja, sag ich mal einfach, falls ich das hoch oder runterstellen soll. Ja, so, ich will auch nicht viel rumschnacken. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde auch auf den Flaschen natürlich ein bisschen tappen. Das versteht sich von selbst hoffentlich. Das ist auf meinem Kanal natürlich immer vertreten. Ja, wie gesagt, falls euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du mich noch nicht abonniert hast, tut das bitte jetzt sofort. Dann verpasst du auch keine Videos von mir. Und ja, ich würde sagen, let's go. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Trock. Tschüss. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Let's continue. Okay. 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 . Okay. Das war's für heute. So, das ist schön. Ich versuche die Videos jetzt. Immer über 20 Minuten zu bekommen, weil ich, ich meine, ich mag auch diese kurzen ASMR-Videos, wo man, ja, wenn man wenig Zeit hat, aber sich kurz entspannen möchte, so 5 Minuten-Videos sind da echt perfekt für, aber wenn man sich echt entspannen möchte, sind 10 Minuten-Videos oder Viertelstunde-Videos, so, ja, ein bisschen kurz, demnach 20 Minuten, ist immer so mein Goal, deswegen. Mache ich natürlich noch ein bisschen weiter, noch ein paar Minuten. Zum Abschluss halt ein bisschen Dapping. Okay. 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 Das war's. So, das war's für das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich versuche es auch wirklich öfters hochzuladen. Ich halte mal lieber nicht auf meine Worte. Ich gucke lieber darauf, was ich tue, nicht was ich sage. Sorry, bin abgewiesen vom Handy. Demnach, ähm, ich nehme das Ganze jetzt ein bisschen ernster als vorher mit dem YouTube. Hat euch offenbar ein paar mehr Videos gefasst. Ich hoffe es gefällt euch. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.